Tulsi Basilikum Indisches Basilikum Diese Art des Basilikums kommt aus Indien und wird dort verehrt. Der Name Tulsi kommt aus dem Sanskrit und bedeutet, die unvergleichliche. Es ist bei den Hindus die heiligste aller Pflanzen. Bei uns sind die verschiedenen Basilikumarten mehr als Gewürz in der guten südlichen Küche bekannt und dienen zur Verdauungsförderung und als Salzersatz. Die Pflanze hat nicht nur viele Heilwirkungen, sondern stärkt auch das Immunsystem. Tulsi Basilikum kann ohne weiteres als Zimmerpflanze gehalten werden. Anwendung Tulsi Basilikum, heiliges Basilikum Tee 1 Teelöffel gedrücknetes Kraut auf 250 ml Wasser Kochendes Wasser über das Kraut gießen und 10 Minuten abgedeckt ziehen lassen, abseihen. 1-2 Tassen pro Tag helfen bei Verdauungsproblemen, Stress und stärken das Immunsystem. Mundspülung Die Mundspülung-Gurgeln mit dem Tee hilft bei Entzündungen im Mundraum und Heisekeit. Speisen Die Blätter in Salaten und Speisen geben. Die Blätter vertragen es nicht, mitgekocht zu werden. Fördert die Verdauung, verhindert Blähungen und Verlehrgefühl. Saft Der frische Saft aus den Blättern oder die zerquischten Blätter helfen bei Insektenstichen und Hautkrankheiten. Samen Die Samen sind ein Stärkungsmittel oder in einem Absaat gekocht gegen Hautkrankheiten einsetzbar. Öl Das Öl vertreibt Insekten. Produktdips Geschichtliches Seit die Tausenden von Jahren ist Basilikum nicht nur wichtige Heilpflanze, sondern auch Ritualpflanze. Es findet sich als Grabbeigabe bei den Ägyptern und den indischen Überlieferungen. Auch im Christentum hat Basilikum eine religiöse Bedeutung. Zeitweise wurden aus Dursi-Rosenkrinze hergestellt. In Europa ist Basilikum den meisten eher als gut schmeckende Ergänzung von Speisen bekannt geworden. Pflanzenbeschreibung Dursi-Basilikum Heiliges Basilikum Das Dursi-Basilikum ist in den Tropen und Zap-Tropen von Asien und Australien heimisch. Sie wächst bevorzugt auf nährstoffreichen und lockeren Böden. Die mehrjährige Staudi wird zwischen 50 und 100 Zentimeter hoch. Die spitzen elliptischen Blätter sind gegenständig angeordnet und haben einen aromatischen Duft. Der weißen bis purpurnen Blüten erscheinen zwischen Juni und September an kerzenförmigen Blütenständen. Aus den Dursi-Blüten entwickeln sich bis in den Herbst die Samen. Anbohr-Tipps Dursi-Basilikum Heiliges Basilikum Da die Pflanze keinen Frost verträgt, in Töpfen an Pflanzen. Der Boden sollte nährstoffreich, humus und locker sein. Die Aussaat im Frühling auf die Erde und nur leicht eindrücken, Lichtgeimer Warm und feucht halten Die Vermehrung über Stecklinge ist auch möglich. Die Pflanze kann am hellen Zimmer gehalten oder überwintert werden. Wird die Pflanze älter, ab und zu in geringen Mengen düngen. Bei der Ernte die Pflanze in Form schneiden. So kann man auch keinen kleinen Baum gestalten. Sammeltipps Das Kraut kann man ab April ernten. Man kann es frisch verwenden oder trocknen. Aus dem Kraut vor der Blüte wird das Öl durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Im Herbst kann man die Samen ernten. Diese bleiben einige Jahre nutzbar und keimfähig.